Hallo und Herzlich Willkommen zu einer Runde World of Warplans Ich werde jetzt mal mit meinem Würfel Würfel, die ich hier schon in der Hand habe. Ich habe eine 3. Ja gut, dann nehmen wir als erstes den. So. Ich bin gerade aufgestanden, so wie fast immer eigentlich. Aber irgendwie möchte ich noch weiter schlafen. Außerdem sieht es so diesig aus. Und nass. Das ist so ein richtig schönes Schlafwetter. Aber ich muss gleich arbeiten. Also, geht das nicht? Nee, nee. Nee, 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 nee. Na, wie lange dauert was denn hier? Gibt doch. So. 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 Das ist mein Flugzeug, da bin ich jetzt fliehen, der wird. Schön, oder? Die Höhe müssen wir verpassen, zwei Kilometer, oh, das scheint noch kurz zu sein. Oh, das ist ein Flugzeug. Oh, das ist das Flugzeug. Oh. er hat mich umgefahren das kann noch nicht wahr sein was macht der da oder oder nein 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 das war ja oder das ich hab's voller deutsch ja das war der hier wie die die es kann doch nicht wahr sein USA L.A. 90 Diese Amis Zurück zum Maler Hat man mir das Hinterteil weggefahren Mist Eine 5 1,3,4,5 Ja, das passiert auch schnell Dass man gegen andere Leute gegenpehrt Ich glaube mir ist das noch nie passiert Ich will sich abstreiten Aber ich denke ich habe sowas noch nie Schauen wir uns mal einen Flieger an Der russische Flieger Das geht's Das geht's Ich kann mich auf 2km hoch Nein, Motorrad ist voll knapp Boah 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 Oh, das wird oben Da Boah Und wir sind noch So Ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, ja. ich schlafe gleich ein ich muss mich nicht machen komm, mach ihn mir jetzt bin ich japaner jetzt bin ich japaner jetzt deutscher dann jetzt sind russer jetzt japaner los geht's der bunkel ist dabei das kann sich vertragen wir uns den so am rollpunkt und rum jetzt werde ich mal langsam nochmal Zeitkontakt ah nein wir haben nur 3 mal getroffen das ist heute nicht mein Tag kann doch nicht mehr sein was ist noch heute los macht die ersten haben wir auch nicht gewonnen haben wir auch verloren obwohl wir da so gut aussah also nicht wir die anderen ich schaue nochmal nach Verbesserungen nach ob ich irgendwas verbessern kann was heißt verbessern nur ein Flieger das ist noch nicht das ist noch nicht gespielt aber naja mal gucken das könnte vielleicht der hier sein oder der Mustang den habe ich schon achso muss ich mal gleich nachschauen muss ich mal gleich nachschauen hier verbessern geht nix und da geht auch nix hier verbessern geht nix und hier verbessern das war der hier ne das war der hier ne das war der hier der Amigo so ne das war der hier P40 ja, P40 dann schauen wir jetzt mal nach bei auch schon amerikaner USA auch den P40 und den HALU den HALU schon warum fahr ich da nicht mit dem? oder fliegen? ja dann ach der heißt auch Mustang Mustang P51 A ok ach ich wollte den noch beikaufen genau das stimmt ach so ja aber warte mal geben wir jetzt hier ok das ist ein Bonus habe ich hier deutsch deutsch russland usa japan und england ich habe ich habe da jetzt gesehen das sind noch franzosen 8 9 gekaufte chinesen 2 gekaufte das russland usa japan japan england also also hat sich da nichts geändert schämen wir sind alle auf elite 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 japan und japan 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 der ist nicht warum spiele ich mit ihm ist nicht elite ich glaube das war bald Dies gab es damals noch nicht, deswegen Naja Und hier haben wir Elite, Elite, Elite Ja nichts Elite Na gut, egal Also wo kommt nichts zu verbessern Wo der Kuh? Der Kuh? Der war auch nichts zu verbessern So das war eine Runde Mord of Warplands Ich hoffe euch hat die Runde gefallen Ich glaube mich freuen wir bei dem nächsten Video Ihr seid, ich habe euch viel Spaß und auf Wiedersehen Ciao, ciao